Hallo, ich bin Li und heute lesen wir ein Märchen von Wilhelm Hauf. Möchtest du keines unserer Höhbücher mehr verpassen? Dann klick einfach gratis und unverbindlich auf Abonnieren und die kleine Glocke. Das Wirtshaus im Spessart Vor vielen Jahren, als im Spessart die Wege noch schlecht und nicht so häufig als jetzt befahren waren, zogen zwei junge Burschen durch diesen Wald. Der eine mochte 18 Jahre alt sein und war ein Zirkelschmied. Der andere ein Goldarbeiter, konnte nach seinem Aussehen kaum 16 Jahre haben und tat wohl jetzt eben seine erste Reise in die Welt. Der Abend war schon heraufgekommen und die Schatten der riesengroßen Fichten und Buchen verfinsterten den schmalen Weg, auf dem die beiden wanderten. Der Zirkelschmied schritt wacker vorwärts und pfiff ein Lied, schwatzte auch zuweilen mit munter seinem Hund und schien sich nicht viel darum zu kümmern, dass die Nacht nicht mehr fern, desto ferner aber die nächste Herberge sei. Aber Felix, der Goldarbeiter, sah sich oft ängstlich um. Wenn der Wind durch die Bäume rauschte, so war es ihm als höhere Ertritte hinter sich. Wenn das Gesträuch am Wege hin und her wankte und sich teilte, glaubte er Gesichter hinter den Büschen lauernd zu sehen. Der junge Goldschmied war sonst nicht abergläubisch oder mutlos. In Würzburg, wo er gelernt hatte, galt er unter seinen Kameraden für einen unerschrockenen Burschen, dem das Herz am rechten Fleck sitze. Aber heute war ihm doch sonderbar zumute. Man hatte ihm vom Spessert so mancherlei erzählt. Eine große Räuberwande sollte dort ihr Wesen treiben, viele Reisende waren in den letzten Wochen geplündert worden, ja. Man sprach sogar von einigen gräulichen Mordgeschichten, die vor nicht langer Zeit dort vorgefallen seien. Da war ihm nun doch etwas Bange für sein Leben, denn sie waren ja nur zu zweit und konnten gegen bewaffnete Räuber gar wenig ausrichten. Oft geräute es ihn, dass er dem Zirkelschmied gefolgt war, noch eine Station zu gehen, statt am Eingang des Waldes über Nacht zu bleiben. Und wenn ich heute Nacht totgeschlagen werde und um Leben und alles komme, was ich bei mir habe, so ist es nur deine Schuld, Zirkelschmied. Denn du hast mich in diesen schrecklichen Wald hereingeschwätzt. Sei kein Hasenfuß, erwiderte der andere, ein rechter Handwerksbursche soll sich eigentlich gar nicht fürchten. Und was meinst du denn? Meinst du, die Herren Räuber im Spessert werden uns die Ehre antun, uns zu überfallen und totzuschlagen? Warum sollten sie sich diese Mühe geben? Etwa wegen meines Sonntagsrocks, den ich im Ranzen habe? Oder wegen des Zierpfennigs von einem Thaler? Da muss man schon mit Vieren fahren, in Gold und Seide gekleidet sein, wenn sie es der Mühe wert finden, einen totzuschlagen. Halt! Hörst du nicht etwas Pfeifen im Wald? rief Felix ängstlich. Ach, das war der Wind, der um die Bäume pfeift. Geh nur rasch vorwärts, lange kann es nicht mehr dauern. Ja, du hast gut Reden wegen des Totschlagens, fuhr der Goldarbeiter fort. Dich fragen sie, was du hast, durchsuchen dich und nehmen dir allenfalls den Sonntagsrock und den Gulden und dreißig Kreuzer. Aber mich, mich schlagen sie gleich anfangs tot, nur weil ich Gold und Geschmeide mit mir führe. Ei, warum sollten sie dich totschlagen deswegen? Kämen jetzt vier oder fünf dort aus dem Busch mit geladenen Büchsen, die sie auf uns anlegten, und fragten ganz höflich, »Ihr Herren, was habt ihr bei euch?« »Und macht es euch bequem, wir wollen's euch tragen helfen.« »Und was dergleichen anmutige Redensarten sind, ach, da wärest du wohl kein Tor, macht es dein Ränzchen auf und legt es die gelbe Weste, den blauen Rock, zwei Hemden und alle Halsbänder und Armbänder und Kämme, und was du sonst noch hast, höflich auf die Erde und bedanktest dich fürs Leben, das sie dir schenkten.« »So, meinst du,« entgegnete Felix sehr eifrig, »den Schmuck für meine Frau Pate, die vornehme Gräfin soll ich hergeben? Eher mein Leben, eher lasse ich mich in kleine Stücke zerschneiden. Hat sie nicht Mutterstelle an mir vertreten und seit meinem zehnten Jahr mich aufziehen lassen? Hat sie nicht die Lehre für mich bezahlt und Kleider und alles, und jetzt, da ich sie besuchen darf und etwas mitbringe von meiner eigenen Arbeit, das sie beim Meister bestellt hat, jetzt, da ich ihr an dem schönen Geschmeide zeigen könnte, was ich gelernt habe, jetzt soll ich das alles hergeben und die gelbe Weste dazu, die ich auch von ihr habe? Nein, lieber sterben, als dass ich den schlechten Menschen meiner Frau Pate Geschmeide gebe.« »Ach, sei kein Narr,« rief der Zirkelschmied, »wenn sie dich totschlagen, bekommt die Frau Gräfin den Schmuck dennoch nicht. Drum ist es besser, du gibst ihn her und erhältst dein Leben.« Felix antwortete nicht. Die Nacht war jetzt ganz heraufgekommen, und bei dem ungewissen Schein des Neumonds konnte man kaum fünf Schritte vor sich sehen. Er wurde immer ängstlicher, hielt sich näher an seinen Kameraden und war mit sich uneinig, ob er seine Reden und Beweise billigen sollte oder nicht. Noch eine Stunde beinahe waren sie fortgegangen, daher blickten sie in der Ferne ein Licht. Der junge Goldschmied meinte aber, man dürfe nicht trauen, vielleicht könnte es ein Räuberhaus sein, aber der Zirkelschmied belehrte ihn, dass die Räuber ihre Häuser und Höhlen unter der Erde haben, und dies müsse das Wirtshaus sein, das ihn ein Mann am Eingang des Waldes beschrieben. Es war ein langes, aber niedriges Haus, ein Karren stand davor, und nebenan im Stalle hörte man Pferde wieren. Der Zirkelschmied winkte seinen Gesellen an ein Fenster, dessen Laden geöffnet waren. Sie konnten, wenn sie sich auf die Zehen stellten, die Stube übersehen. Am Ofen in einem Armstuhl schlief ein Mann, der seiner Kleidung nach ein Fuhrmann und wohl auch der Herr des Karrens vor der Türe sein könnte. Auf der anderen Seite des Ofens stand ein Weib und ein Mädchen und Spann. Hinter dem Tisch an der Wand saß ein Mann, der ein Glas Wein vor sich, den Kopf in die Hände gestützt hatte, so dass sie sein Gesicht nicht sehen konnten. Der Zirkelschmied aber wollte aus seiner Kleidung bemerken, dass es ein vornehmer Herr sein müsse. Als sie noch so auf der Lauer standen, schlug ein Hund im Hause ran. Munter, das Zirkelschmiedshund, antwortete, und eine Magd erschien in der Türe und schaute nach den Fremden heraus. Man versprach, ihnen Nachtessen und Betten geben zu können, und sie traten ein und legten die schweren Bündel, Stock und Hut in die Ecke und setzten sich zu dem Herrn am Tische. Dieser richtete sich bei ihrem Gruße auf, und sie erblickten einen feinen jungen Mann, der ihn freundlich für ihren Gruß dankte. »Ihr seid spät auf der Bahn«, sagte er. »Habt ihr euch nicht gefürchtet, in so dunkler Nacht durch den Spässer zu reisen? Ich für meinen Teil habe lieber mein Pferd in dieser Schenke eingestellt, als dass ich nur noch eine Stunde geritten wäre.« »Da habt ihr allerdings recht gehabt, Herr«, erwiderte der Zirkelschmied. »Der Hufschlag eines schönen Pferdes ist Musik in den Ohren dieses Gesindels und lockt sie auf eine Stunde weit. »Aber wenn ein paar arme Burschen wie wir durch den Wald schleichen, Leute, welchen die Räuber ihr selbst etwas schenken könnten, ach, da heben sie keinen Fuß auf.« »Moi, das ist wohl wahr«, entgegnete der Fuhrmann, der durch die Ankunft der Fremden erweckt, auch an den Tisch getreten war. »Einem armen Mann können sie nicht viel anhaben, seines Geldes willen, aber man hat Beispiele, dass sie arme Leute nur aus Mordlust niederstießen oder sie zwangen, unter die Bande zu treten und als Räuber zu dienen.« »Nun, wenn es so aussieht mit diesen Leuten im Wald«, bemerkte der junge Goldschmied, »so wird uns wahrhaftig auch dieses Haus wenig Schutz gewähren. Wir sind nur zu viert und mit dem Hausknecht fünf. Wenn es ihnen einfällt, zu zehnt uns zu überfallen, was können wir gegen sie, und überdies«, setzte er leise und flüsternd hinzu, »wer steht uns dafür, dass diese Wirtsleute ehrlich sind?« »Da hat es gute Wege«, erwiderte der Fuhrmann, »ich kenne diese Wirtschaft seit mehr als zehn Jahren und habe nie etwas Unrechtes darin verspürt.« »Der Mann ist selten zu Hause, man sagt, er treibe Weinhandel.« »Die Frau aber ist eine stille Frau, die niemand Böses will. Nein, dieser tut ihr Unrecht, Herr.« »Und doch«, nahm der junge vornehme Herr das Wort, »doch möchte ich nicht ganz so verwerfen, was er gesagt. Erinnert euch an die Gerüchte von jenen Leuten, die in diesem Wald auf einmal spurlos verschwunden sind. Mehrere davon hatten vorher gesagt, sie würden in diesem Wirtshaus übernachten, und als man nach zwei oder drei Wochen nichts von ihnen vernahm, ihrem Weg nachforschte und auch hier im Wirtshaus nachfragte, da soll nun keiner gesehen worden sein. »Ach, verdächtig ist es doch.« »Weiß Gott«, rief der Zirkelschmied, »da handelten wir ja vernünftiger, wenn wir unter dem nächsten Baum unser Nachtlager nehmen, als hier in diesen vier Wänden, wo an kein Entspringen zu denken ist, wenn sie einmal die Türe besetzt haben, denn die Fenster sind vergittert.« Sie waren alle durch diese Reden nachdenklich geworden. Es schien gar nicht unwahrscheinlich, dass die Schenke im Wald, sei es gezwungen oder freiwillig, im Einverständnis mit den Räubern war. Die Nacht schien ihnen daher gefährlich, denn, wie manche Sage, hatten sie gehört von Wanderern, die man im Schlaf überfallen und gemordet hatte. Und sollte es auch nicht an ihr Leben gehen, so war doch ein Teil der Gäste in der Waldschenke von so beschränkten Mitteln, dass ihnen ein Raub an einem Teil ihrer Habe sehr empfindlich gewesen wäre. Sie schauten verdrießlich und düstern ihre Gläser. Der junge Herr wünschte, auf seinem Ross durch ein sicheres, offenes Tal zu traben, der Zirkelschmied wünschte sich zwölf seiner handfesten Kameraden mit Knüppeln bewaffnet als Leibgarde. Felix, der Goldarbeiter, trug bange mehr um den Schmuck seiner Wohltäterin als um sein Leben. Der Fuhrmann aber, der einige Male den Rauch seiner Pfeife nachdenklich vor sich hingeblasen, sprach leise, »Wir hören, im Schlaf wenigstens sollen sie uns nicht überfallen. Ich für meinen Teil will, wenn nur noch einer mit mir hält, die ganze Nacht wach bleiben.« »Das will ich auch, ich auch«, riefen die drei Übrigen. »Schlafen kann ich doch nicht«, setzte der junge Herr hinzu. »Nun, so wollen wir etwas treiben, dass wir wach bleiben«, sagte der Fuhrmann. »Ich denke, weil wir doch gerade zu viert sind, können wir Karten spielen. Das hält wach und vertreibt die Zeit.« »Ich spiele niemals Karten«, erwiderte der junge Herr. »Darum kann ich wenigstens nicht mithalten.« »Und ich kenne die Karten gar nicht«, setzte Felix hinzu. »Was können wir denn aber anfangen, wenn wir nicht spielen«, sprach der Zirkelschmied. »Singen? Das geht nicht, und würde nur das Gesindel herbeilocken.« »Ach, einander Rätsel und Sprüche aufgeben zum Erraten? Das dauert auch nicht lange. Wisst ihr was? Wie wäre es, wenn wir uns etwas erzählten? Lustig oder ernsthaft, wahr oder erdacht, es hält doch wach und vertreibt die Zeit so gut wie Kartenspiel.« »Ich bin's zufrieden, wenn ihr anfangen wolltet«, sagte der junge Herr. »Ihr Herren vom Handwerk kommt in allen Ländern herum und könnet schon etwas erzählen. Hat doch jede Stadt ihre eigenen Sagen und Geschichten.« »Ja, ja, man hört manches«, erwiderte der Zirkelschmied. »Dafür studieren Herren wie ihr fleißig in den Büchern, wo gar wundervolle Sachen geschrieben stehen. Da wüsstet ihr noch Klügeres und Schöneres zu erzählen als ein schlichter Handwerksbursche wie unser einer.« »Ich müsste alles trügen, oder ihr seid ein Student, ein Gelehrter«. »Ein Gelehrter nicht«, lächelte der junge Herr, »wohl aber ein Student und will in den Ferien nach der Heimat reisen. Doch was in unseren Büchern steht, eignet sich weniger zum Erzählen als was ihr hier und dort gehöret. Darum hebet immer an, wenn anders diese da gerne zuhören.« »Nach höher als Kartenspiel«, erwiderte der Fuhrmann, »gilt bei mir, wenn einer eine schöne Geschichte erzählt. Oft fahre ich auf der Landstraße lieber im elendesten Schritt und höre einem zu, der nebenher geht und etwas Schönes erzählt. Manchen habe ich schon im schlechten Wetter auf den Karren genommen, unter der Bedingung, dass er etwas erzähle, und einen Kameraden von mir habe ich, glaube ich, nur deswegen so lieb, weil er Geschichten weiß, die sieben Stunden lang und länger dauern.« »So geht es auch mir«, setzte der junge Goldarbeiter hinzu, »erzählen höre ich für mein Leben gerne, und mein Meister in Würzburg musste mir die Bücher ordentlich verbieten, dass ich nicht so viel Geschichten las und die Arbeit darüber vernachlässigte. Darum gib mir etwas schönes Preis, Zirkelschmied. Ich weiß, du könntest erzählen von jetzt an, bis es Tag wird, ehe dein Vorrat ausginge.« Der Zirkelschmied trank, um sich zu seinem Vortrag zu stärken, und hob dann zur Sage des Hirschgulden an. »Das ist die Sage von dem Hirschgulden«, endete der Zirkelschmied, »und wahr soll sie sein. Der Wirt in Dürrwang, das nicht weit von den drei Schlössern liegt, hat sie meinem guten Freund erzählt, der oft als Wegweise über die schwäbische Alp ging und immer in Dürrwang einkehrte.« Die Gäste gaben dem Zirkelschmied Beifall. »Was man doch nicht alles hört in der Welt«, rief der Fuhrmann. »Wahrhaftig, jetzt erst freut es mich, dass wir die Zeit nicht mit Kartenspielen verderbten, so ist es wahrlich besser. Und gemerkt habe ich mir die Geschichte, dass ich sie morgen meinen Kameraden erzählen kann, ohne ein Wort zu fehlen.« »Mir fiel da, während ihr so erzähltet, etwas ein«, sagte der Student. »Oh, erzählet, erzählet«, botten der Zirkelschmied und Felix. »Gut«, antwortete Jena, »ob die Reihe jetzt an mich kommt oder später, ist gleich viel. Ich muss ja doch heimgehen, was sich gehört. Das, was ich erzählen will, soll sich wirklich einmal begeben haben.« Er setzte sich zurecht und wollte eben anheben, zu erzählen, als die Wirtin den Spinnrocken beiseite setzte und zu den Gästen an den Tisch trat. »Jetzt, ihr Herren, ist es Zeit, zu Bette zu gehen«, sagte sie. »Es hat neun Uhr geschlagen, und morgen ist auch ein Tag.« »Ähm, oi, so geht's zu Bette«, rief der Student. »Setze noch eine Flasche Wein für uns hierher, und dann wollen wir dich nicht länger abhalten.« »Mitnichten«, entgegnete sie grämmlich, »solange noch Gäste in der Wirtsstube sitzen, können Wirtin und Dienstboden nicht weggehen. Und kurz und gut, ihr Herren, machet, dass ihr auf eure Zimmern kommet. Mir wird die Zeit langer und länger als neun Uhr darf in meinem Hause nicht gezecht werden.« »Was fällt euch ein, Frau Wirtin?«, sprach der Zirkelschmied staunt. »Was schadet es euch denn, ob wir hier sitzen, wenn ihr auch schon längst schlafet? Wir sind redliche Leute und werden euch nichts wegtragen, noch ohne Bezahlung fortgehen. Aber so lasse ich mir in keinem Wirtshaus ausbieten.« Die Frau rollte zornig mit den Augen. »Meint ihr, ich werde wegen jedem Lumpen von Handwerksburschen, wegen jedem Straßenläufer, der mir zwölf Kreuze zu verdienen gibt, meine Hausordnung ändern? Ich sag euch jetzt zum letzten Mal, dass ich den Unfug nicht leide.« Noch einmal wollte der Zirkelschmied etwas entgegnen, aber der Student seien bedeutend an und winkte mit den Augen den übrigen. »Gut«, sprach er, »wenn es die Frau Wirtin nicht haben will, so lasset uns auf unsere Kammern gehen, aber Lichter möchten wir gerne haben, um den Weg zu finden.« »Damit kann ich nicht dienen«, entgegnete sie finster, »die anderen werden den Weg schon im Dunkeln finden, und für euch ist dieses Stümpfchen hier hinlänglich. Mehr habe ich nicht im Hause.« Schweigend nahm der junge Herr das Licht und stand auf. Die anderen folgten ihm, und die Handwerksburschen nahmen ihre Bündel, um sie in der Kammer bei sich niederzulegen. Sie gingen dem Studenten nach, der in die Treppe hinanleuchtete. Als sie oben angekommen waren, bat sie der Student, leise aufzutreten, schloss sein Zimmer auf und winkte ihn herein. »Jetzt ist kein Zweifel mehr«, sagte er, »sie will uns verraten. Habt ihr nicht bemerkt, wie ängstlich sie uns zu Bett zu bringen suchte, wie sie uns alle im Mittelabschnitt wach und beisammen zu bleiben? Sie meint wahrscheinlich, wir werden uns jetzt niederlegen, und dann werden sie um so leichteres Spiel haben.« »Aber meint ihr nicht, wir könnten noch entkommen?« fragte Felix. »Im Wald kann man doch eher auf Rettung denken als hier im Zimmer.« »Die Fenster sind doch hier vergittert«, rief der Student, indem er vergebens versuchte, einen der Eisenstäbe des Gitters loszumachen. »Uns bleibt nur ein Ausweg, wenn wir entweichen wollen, durch die Haustüre, aber ich glaube nicht, dass sie uns fortlassen werden.« »Es käme auf den Versuch an«, sprach der Fuhrmann, »ich will einmal probieren, ob ich bis in den Hof kommen kann. Ist dies möglich, so kehre ich zurück und hol euch nach.« Die Übrigen belegten diesen Vorschlag. Der Fuhrmann legte die Schuhe ab und schlich sich auf den Zehen nach der Treppe. Ängstlich lauschten seine Genossen oben im Zimmer. Schon war die eine Hälfte der Treppe glücklich und unbemerkt hinabgestiegen, aber als er sich dort um einen Pfeiler wandte, richtete sich plötzlich eine ungeheure Dogge vor ihm in die Höhe, legte ihre Tatzen auf seine Schultern und wies ihm, gerade seinem Gesicht gegenüber, zwei Reihen langer, scharfer Zähne. Er wagte weder vor, noch rückwärts auszuweichen, denn bei der geringsten Bewegung schnappte der entsetzliche Hund nach seiner Kehle. Zugleich fing er an zu heulen und zu bellen, und also bald erschien der Hausknecht und die Frau mit Lichtern. »Wohin? Was wollt ihr?« rief die Frau. »Ich habe noch etwas in meinem Karren zu holen,« antwortete der Fuhrmann, am ganzen Leibe zitternd. Denn als die Türe aufgegangen war, hatte er mehrere braune, verdächtige Gesichter, Männer mit Büchsen in der Hand im Zimmer bemerkt. »Ach, das hättet ihr alles auch vorher abmachen können,« sagte die Wirtin mürrisch. »Fassan, der Herr, schließ die Hoftüre zu, Jakob, und leuchte dem Mann an seinen Karren.« Der Hund zog seine gräuliche Schnauze und seine Tatzen von der Schulter des Fuhrmanns zurück und lagerte sich wieder quer über die Treppe. Der Hausknecht aber hatte das Hoftor zugeschlossen und leuchtete dem Fuhrmann. An ein Entkommen war nicht zu denken. Aber als er nachsah, was er denn eigentlich aus dem Karren holen sollte, fiel ihm ein Pfund Wachslichter ein, die er in die nächste Stadt überbringen sollte. »Das Stümpfchen Licht oben kann kaum noch eine Viertelstunde dauern,« sagte er zu sich, »und Licht müssen wir dennoch haben.« Er nahm also zwei Wachskerzen aus dem Wagen, verbarg sie in dem Ärmel und holte dann zum Schein seinen Mantel aus dem Karren, womit er sich, wie er dem Hausknecht sagte, heute Nacht bedecken wolle. Glücklich kam er wieder auf dem Zimmer an. Er erzählte von dem großen Hund, der als Wacher an der Treppe liege, von den Männern, die er flüchtig gesehen, von allen Anstalten, die man gemacht, um sich ihrer zu versichern, und schloss damit, dass er seufzend sagte, »Wir werden diese Nacht nicht überleben.« »Das glaube ich nicht«, erwiderte der Student, »für so töricht kann ich diese Leute nicht halten, dass sie wegen des geringen Vorteils, den sie von uns hätten, vier Menschen ans Leben gehen sollten. Aber verteidigen dürfen wir uns nicht. Ich für meinen Teil werde wohl am meisten verlieren. Mein Pferd ist schon in ihren Händen, das kostete mich fünfzig Dukaten noch vor vier Wochen. Meine Börse, meine Kleider gebe ich willig hin, denn mein Leben ist mir am Ende doch lieber als all dies.« »Ach, ihr habt gut reden«, erwiderte der Fuhrmann, »solche Sachen, wie ihr sie verlieren könnt, ersetzt ihr euch leicht wider. Aber ich bin der Bote von Aschaffenburg und habe allerlei Güter auf meinem Karren, und im Stall zwei schöne Rosse, meinen einzigen Reichtum.« »Ich kann unmöglich glauben, dass sie euch eines Leides tun werden«, bemerkte der Goldschmied. »Einen Boten zu berauben, würde schon viel Geschrei und Lärm im Land machen, aber dafür bin ich auch, was der Herr dort sagt. Lieber will ich gleich alles hergeben, was ich habe, und mit einem Eid versprechen, nichts zu sagen, ja, niemals zu klagen, als mich gegen Leute, die Büchsen und Pistolen haben, um meine geringe Habe wären.« Der Fuhrmann hatte während dieser Reden seine Wachskerzen hervorgezogen. Er klebte sie auf den Tisch und zündete sie an. »So lasst uns in Gottes Namen erwarten, was über uns kommen wird«, sprach er. »Wir wollen uns wieder zusammen niedersetzen und durch Sprechen den Schlaf abhalten.« »Das wollen wir«, antwortete der Student, »und weil vorhin die Rede an mir stehen geblieben war, will ich euch etwas erzählen.« Und er begann mit der Sage »Vom kalten Herz«. Mitten in der Geschichte wurde der Erzähler durch ein Geräusch vor der Schenke unterbrochen. Man hörte einen Wagen anfahren, mehrere Stimmen riefen nach Licht, es wurde heftig an das Hoftor gepocht, und dazwischen heulten mehrere Hunde. Die Kammer, die man dem Fuhrmann und den Handwerksburschen angewiesen hatte, ging nach der Straße hinaus. Die vier Gäste sprangen auf und liefen dorthin, um zu sehen, was vorgefallen war. Soviel sie bei dem Schein einer Laterne sehen konnten, stand ein großer Reisewagen vor der Schenke. Soeben war ein großer Mann beschäftigt, zwei verschleierte Frauen aus dem Wagen zu heben, und ein Kutscher in Livree sah man die Pferde abspannen. Ein Bediensteter aber schnallte den Koffer los. »Diesen sei Gott gnädig«, seufzte der Fuhrmann. »Wenn diese mit heiler Haus aus der Schenke kommen, so ist mir für meinen Karren auch nicht mehr bange.« »Stille«, flüsterte der Student, »mir ahnet, dass man eigentlich nicht uns, sondern dieser Dame auflauert. Wahrscheinlich waren sie unten schon von ihrer Reise unterrichtet. Wenn man sie nur warnen könnte, doch halt! Es ist im ganzen Wirtshaus kein anständiges Zimmer für die Dame als das neben dem meinigen. Dorthin wird man sie führen. Bleibet ihr ruhig in dieser Kammer. Ich will die Bediensteten zu unterrichten suchen.« Der junge Mann schlich sich auf sein Zimmer, löschte die Kerzen aus und ließ nur das Licht brennen, das ihm die Wirtin gegeben. Dann lauschte er an der Türe. Bald kam die Wirtin mit den Damen die Treppe herauf und führte sie mit freundlichen, sanften Worten in das Zimmer nebenan. Sie redete ihren Gästen zu, sich bald niederzulegen, weil sie von der Reise erschöpft sein würden. Dann ging sie wieder hinab. Bald darauf hörte der Student schwere männliche Tritte die Treppe heraufkommen. Er öffnete behutsam die Türe und erblickte durch eine kleine Spalte den großen Mann, welcher die Damen aus dem Wagen gehoben. Er trug ein Jagdkleid und hatte einen Hirschfänger an der Seite und war wohl der Reisestallmeister oder Begleiter der fremden Damen. Als der Student merkte, dass dieser allein heraufgekommen war, öffnete er schnell die Tür und winkte dem Mann, zu ihm einzutreten. Verwundert trat dieser näher, und noch ehe er fragen konnte, was man von ihm wolle, flüsterte ihm jener zu, »Herr, Sie sind heute Nacht in eine Räuberschenkel geraten.« Der Mann erschrak, der Student zog ihn aber vollends in seine Türe und erzählte ihm, wie verdächtig es in diesem Hause aussehe. Der Jäger wurde sehr besorgt, als er dies hörte. Er belehrte den jungen Mann, dass die Damen, eine Gräfin und ihre Kammerfrau anfänglich die ganze Nacht durchhaben fahren wollen. Aber etwa eine halbe Stunde von dieser Schenke sei ihnen ein Reiter begegnet, der sie angerufen und gefragt habe, wohin sie reisen wollten. Als er vernommen, dass sie gesonnen seien, die ganze Nacht durch den Spässer zu reisen, habe er ihnen abgeraten, indem es gegenwärtig sehr unsicher sei. »Wenn ihnen am Rat eines rötlichen Mannes etwas liegt,« habe er hinzugesetzt, »so stehen sie ab von diesem Gedanken. Es liegt nicht weit von ihr eine Schenke. So schlecht und unbequem sie sein mag, so übernachten sie lieber da selbst, als dass sie sich in dieser dunklen Nacht unnötig der Gefahr preisgeben.« Der Mann, der ihnen dies geraten, habe sehr ehrlich und rechtlich ausgesehen, und die Gräfin habe in der Angst vor einem Räuberanfall befohlen, an dieser Schenke Stille zu halten. Der Jäger hielt es für seine Pflicht, die Damen von der Gefahr, worin sie schwebten, zu unterrichten. Er ging in das andere Zimmer, und bald darauf öffnete er die Türe, welche von dem Zimmer der Gräfin in das des Studenten führte. Die Gräfin, eine Dame von etwa vierzig Jahren, trat, vor Schrecken bleich, zu dem Studenten heraus und ließ sich alles noch einmal von ihm wiederholen. Dann beriet man sich, was in dieser misslichen Lage zu tun sei, und beschloss, so behutsam als möglich, die zwei Bediensteten, den Fuhrmann und die Handwerksburschen herbeizuholen, um im Falle eines Angriffs wenigstens gemeinsame Sache machen zu können. Als dieses bald darauf geschehen war, wurde das Zimmer der Gräfin gegen den Hausflur hin verschlossen und mit Kommoden und Stühlen verrammelt. Sie setzte sich mit ihrer Kammerfrau aufs Bette, und die zwei Bediensteten hielten bei ihr Wache. Die früheren Gäste aber und der Jäger setzten sich im Zimmer des Studenten um den Tisch und beschlossen, die Gefahr zu erwarten. Es mochte jetzt etwa zehn Uhr sein, im Hause war alles ruhig und still, und noch machte man keine Miene, die Gäste zu stören. Da sprach der Zirkelschmied, »Um wach zu bleiben, wäre es wohl das Beste, wir machten es wieder wie zuvor. Wir erzählten nämlich, was wir von allerlei Geschichten wissen, und wenn der Herr Jäger nichts dagegen hat, so könnten wir weiter fortfahren.« Der Jäger aber hatte nicht nur nichts dagegen einzuwenden, sondern um seine Bereitwilligkeit zu zeigen, versprach er, selbst etwas zu erzählen. Es folgte die Geschichte von Said's Schicksalen. Bei solcher Unterhaltung käme mir kein Schlaf in die Augen, wenn ich auch zwei, drei oder mehrere Nächte wach bleiben müsste, sagte der Zirkelschmied. Und oft schon habe ich dies bewirrt gefunden, so war ich in früherer Zeit als Geselle bei einem Glockengießer. Der Meister war ein reicher Mann und kein Geizhals. Aber eben darum wunderten wir uns nicht wenig, als wir einmal große Arbeit hatten und er, ganz gegen seine Gewohnheit, so knickerig als möglich erschien. Es wurde in die neue Kirche eine Glocke gegossen, und wir Jungen und Gesellen mussten die ganze Nacht am Herd sitzen und das Feuer hüten. Wir glaubten nicht anders, als der Meister werde sein Mutterfässchen anstechen und uns den besten Wein vorsetzen. Aber nicht also. Er ließ nur alle Stunden einen Umtrank tun und fing an, von seiner Wanderschaft, von seinem Leben allerlei Geschichten zu erzählen. Dann kam es an den Obergesellen, und so nach der Reihe, und keiner von uns wurde schläfrig, denn begierig heuchten wir alle zu. Ehe wir uns dessen versahen, war es Tag. Da erkannten wir die List des Meisters, dass er uns durch Reden habe wachhalten wollen. Denn als die Glocke fertig war, schonte er seinen Wein nicht und holte ein, was er weißlich in jener Nacht versäumte. »Es ist ein vernünftiger Mann«, erwiderte der Student, »gegen den Schlaf, das ist gewiss, hilft nichts als reden. Darum möchte ich diese Nacht nicht einsam bleiben, weil ich mich gegen elf Uhr hin des Schlafes nicht erwehren könnte.« »Das haben auch die Bauersleute wohl bedacht«, sagte der Jäger. »Wenn die Frauen und Mädchen in den langen Winterarbeiten bei Lichtspinnen, so bleiben sie nicht einsam zu Hause, weil sie da wohl mitten unter der Arbeit einschliefen, sondern sie kommen zusammen in den sogenannten Lichtstuben, setzen sich in großer Gesellschaft zur Arbeit und erzählen.« »Ja«, fiel der Fuhrmann ein, »da geht es oft recht gräulich zu, dass man sich ordentlich fürchten möchte, denn sie erzählen von feurigen Geistern, die auf der Wiese gehen, von Kobolden, die nachts in den Kammern poltern und von Gespenstern, die Menschen und Vieh ängstigen.« »Da haben Sie nun freilich nicht die beste Unterhaltung«, entgegnete der Student. »Mir, gestehe ich, ist nichts so verhasst als Gespenstergeschichten.« »Ei, da denke ich gerade das Gegenteil«, rief der Zirkelschmied. »Mir ist es recht behaglich bei einer rechten Schauergeschichte. Es ist gerade wie beim Regenwetter, wenn man unter dem Dach schläft. Man hört die Tropfen tic-tac, tic-tac auf die Ziegel herunterrauschen und fühlt sich recht warm im Trockenen. So, wenn man bei Licht und in Gesellschaft von Gespenstern hört, fühlt man sich sicher und behaglich.« »Nur, nachher«, sagte der Student, »wenn einer zugehört hat, der dem lächerlichen Glauben an Gespenster ergeben ist, wird er sich nicht grauen, wenn er allein ist, und im Dunkeln? Wird er nicht an all das Schauerliche denken, was er gehört? Ich kann mich noch heute über diese Gespenstergeschichten ärgern, wenn ich an meine Kindheit denke. Ich war ein munterer, aufgeweckter Junge und mochte vielleicht etwas unruhiger sein, als meine Amelieb war. Da wusste sie nun kein anderes Mittel, mich zum Schweigen zu bringen, als sie machte mich fürchten. Sie erzählte mir allerlei schaurige Geschichten von Hexen und bösen Geistern, die im Hause spuken sollten, und wenn eine Katze auf dem Boden ihr Wesen trieb, flüsterte sie mir ängstlich zu. »Hörst du, Sehnchen, jetzt geht er wieder die Treppe auf, Trepp ab, der tote Mann. Er trägt seinen Kopf unter dem Arm, aber seine Augen glänzen noch wie Laternen. Krallen hat er statt der Finger, und wenn er einen im Dunkeln erwischt, dreht er ihm den Hals um.« Die Männer lachten über diese Geschichten, aber der Student fuhr fort. Ich war zu jung, als dass ich hätte einsehen können, dies alles sei unwahr und erfunden. Ich fürchtete mich nicht vor dem größten Jagdhund, warf jeden meiner Gespielen in den Sand, aber wenn ich ins Dunkel kam, drückte ich vor Angst die Augen zu. »Denn ich glaubte, jetzt werde der tote Mann heranschleichen. Es ging so weit, dass ich nicht mehr allein und ohne Licht aus der Türe gehen wollte, wenn es dunkel war, und wie manchmal hat mich mein Vater nachher gezüchtigt, als er diese Unart bemerkte. Aber lange Zeit konnte ich diese kindische Furcht nicht loswerden, und allein meine törichte Amme trug die Schuld.« »Ja, das ist ein großer Fehler«, bemerkte der Jäger, »wenn man die kindlichen Gedanken mit solchem Aberwitz füllt. Ich kann versichern, dass ich brave, beherzte Männer gekannt habe, Jäger, die sich sonst vor drei Feinden nicht fürchteten. Aber wenn sie nachts im Wald auf Wild lauern sollten oder auf Wilddiebe, da gebrach es ihnen oft plötzlich an Mut. Denn sie sahen einen Baum für ein schreckliches Gespenst, ein Busch für eine Hexe und ein paar Glühwürmer für die Augen eines Ungetüms an, das im Dunkeln auf sie laure. »Und nicht nur für Kinder«, entgegnete der Student, »halte ich Unterhaltungen dieser Art für höchst schädlich und töricht, sondern auch für jeden. Denn welcher vernünftige Mensch wird sich über das Treiben und Wesen von Dingen unterhalten, die eigentlich nur im Hirn eines Toren wirklich sind? Dort spukt es, sonst nirgends. Doch am allerschädlichsten sind diese Geschichten unter dem Landvolk. Dort glaubt man fest und unabweichlich an Torheiten dieser Art, und dieser Glaube wird in den Spinnstuben und in der Schenkel genährt, wo sie sich enge zusammensetzen und mit furchtbarer Stimme die allergräulichsten Geschichten erzählen. »Ja, Herr«, erwiderte der Fuhrmann, »ir möget nicht Unrecht haben. Schon manches Unglück ist durch solche Geschichten entstanden, ist ja doch sogar meiner eigene Schwester dadurch elendiglich ums Leben gekommen.« »Wie das? An solchen Geschichten?« riefen die Männer erstaunt. »Aber wohl, an solchen Geschichten«, sprach jener weiter. »In dem Dorf, unser Vater wohnte, ist auch die Sitte, dass die Frauen und die Mädchen in den Winterabenden zum Spinnen sich zusammensetzen. Die jungen Burschen kommen dann auch und erzählen mancherlei. So kam es eines Abends, dass man von Gespenstern und Erscheinungen sprach, und die jungen Burschen erzählten von einem alten Krämer, der schon vor zehn Jahren gestorben sei, aber im Grab keine Ruhe finde. Jede Nacht werfe er die Erde von sich ab, steige aus dem Grab, schleiche langsam und hustend, wie er im Leben getan, nach seinem Laden, und wäge dort Zucker und Kaffee ab, indem er vor sich hinmurmele, »Drei Vierling, drei Vierling um Mitternacht haben bei Tage ein Pfund gemacht.« Viele behaupten, ihn gesehen zu haben, und die Mädchen und Weiber fingen an, sich zu fürchten. Meine Schwester aber, ein Mädchen von 16 Jahren, wollte klüger sein als die anderen und sagte, »Das glaube ich alles nicht, wer einmal tot ist, kommt nicht wieder.« Sie sagte es aber leider ohne Überzeugung, denn sie hatte sich schon oft gefürchtet. Da sagte einer von den jungen Leuten, »Wenn du dies glaubst, so wirst du dich auch nicht vor ihm fürchten. Sein Grab ist nur zwei Schritte von Kältchens, die letzten gestorben. Wage es einmal, gehe hin auf den Kirchhof, brich von Kältchens Grabe eine Blume und bringe sie uns, so wollen wir glauben, dass du dich vor dem Krämer nicht fürchtest.« Meine Schwester schämte sich, von den anderen verlacht zu werden. Darum sagte sie, »Oh, das ist mir ein leichtes. Was wollt ihr denn für eine Blume?« »Es blüht im ganzen Dorf keine weiße Rose als dort, darum bring uns einen Strauß von diesen,« antwortete ein ihrer Freundin. Sie stand auf und ging, und alle Männer lobten ihren Mut. Aber die Frauen schüttelten den Kopf und sagten, »Wenn das nur gut abläuft.« Meine Schwester ging dem Kirchhof zu. Der Mond schien hell, und sie fing an zu schaudern, als es zwölf Uhr schlug und sie die Kirchpforte öffnete. Sie stieg über manchen Grabhügel weg, den sie kannte, und ihr Herz wurde banger und immer banger, je näher sie zu Kältchens weißen Rosen und zum Grab des gespenstigen Krämers kam. Jetzt war sie da. Zitternd kniete sie nieder und knickte die Blumen ab. Da glaubte sie ganz in der Nähe, ein Geräusch zu vernehmen. Sie sah sich um, zwei Schritte von ihr flog die Erde von einem Grabe hinweg, und langsam richtete sich eine Gestalt daraus empor. Es war ein alter, bleicher Mann mit einer weißen Schlafmütze auf dem Kopf. Meine Schwester erschrak. Sie schaute noch einmal hin, um sich zu überzeugen, ob sie recht gesehen. Als aber der im Grabe mit näselnder Stimme anfängt zu sprechen, »Guten Abend, Jungfer, woher so spät?« Da erfasste sie ein Grauen des Todes. Sie raffte sich auf, sprang über die Gräber hin nach jenem Hause, erzählte beinahe atemlos, was sie gesehen, und wurde so schwach, dass man sie nach Hause tragen musste. Was nützte es uns, dass wir am anderen Tage erfuhren, dass es der Totengräber gewesen sei, der dort ein Grab gemacht und zu meiner armen Schwester gesprochen habe? Sie verfiel, noch ehe sie dies erfahren könnte, in ein hitziges Fieber, an welchem sie nach drei Tagen starb. Die Rosen zu ihrem Totenkranz hatte sie selbst gebrochen. Der Fuhrmann schwieg, und eine Träne hing in seinen Augen. Die anderen aber sahen teilnehmend auf ihn zu. »So hat das arme Kind auch an diesem Köhlerglauben sterben müssen,« sagte der junge Goldarbeiter. »Mir fällt da eine Sage bei, die ich euch wohl erzählen möchte, und die leider mit einem solchen Trauerfall zusammenhängt.« Und er erzählte die Sage der Höhle von Stainvoll. »Mitternacht ist längst vorüber,« sagte der Student, als der junge Goldarbeiter seine Erzählung geendigt hatte. »Jetzt hat es wohl keine Gefahr mehr, und ich für meinen Teil bin so schläfrig, dass ich allen raten möchte, niederzulegen und getrost einzuschlafen.« »Vor zwei Uhr morgens möchte ich doch nicht trauen,« entgegnete der Jäger. »Das Sprichwort sagt, von elf bis zwei Uhr ist Diebeszeit.« »Das glaube ich auch,« bemerkte der Zirkelschmied. »Denn, wenn man uns etwas anhaben will, ist wohl keine Zeit gelegener als die nach Mitternacht. Darum meine ich, der Studiosus könnte an seiner Erzählung fortfahren, die er noch nicht ganz vollendet hat.« »Ich sträube mich nicht,« sagte dieser, »obgleich unser Nachbar, der Herr Jäger, den Anfang nicht gehört hat.« »Ich muss ihn mir nur hinzudenken, fanget nur an,« rief der Jäger. »Nun denn,« wollte eben der Student beginnen, als sie durch das Anschlagen eines Hundes unterbrochen wurden. Alle hielten den Atem an und horchten. Zugleich stürzte eine der Bediensteten aus dem Zimmer der Greifin und rief, dass wohl zehn bis zwölf bewaffnete Männer von der Seite her auf die Schenke zukämen. Der Jäger griff nach seiner Büchse, der Student nach seiner Pistole, die Handwerksburschen nach ihren Stöcken, und der Fuhrmann zog ein langes Messer aus der Tasche. So standen sie und sahen ratlos einander an. »Lasst uns an die Treppe gehen! Zwei oder drei dieser Schurken sollen doch ihren Tod finden, ehe wir überwältigt werden!« Zugleich gab er dem Zirkelschmied seine zweite Pistole und riet, dass sie nur einer nach dem anderen schießen sollten. Sie stellten sich an die Treppe. Der Student und der Jäger nahmen gerade ihre ganze Breite ein. Seitwärts neben dem Jäger stand der mutige Zirkelschmied und beugte sich über das Geländer, in dem er die Mündung seiner Pistole auf die Mitte der Treppe hielt. Der Goldarbeiter und der Fuhrmann standen hinter ihnen, bereit, wenn es zu einem Kampf Mann gegen Mann kommen sollte, das ihrige zu tun. So standen sie einige Minuten in stiller Erwartung. Endlich hörte man die Haustüre aufgehen, und sie glaubten auch, das Flüstern mehrerer Stimmen zu vernehmen. Jetzt hörte man Tritte vieler Menschen der Treppe nahen. Man kam die Treppe herauf, und auf der ersten Hälfte zeigten sich drei Männer, die wohl nicht auf den Empfang gefasst waren, der ihnen bereitet war. Denn, als sie sich um die Pfeiler der Treppe wandten, schrie der Jäger mit starker Stimme, »Halt! Noch einen Schritt weiter, und ihr seid des Todes! Spannet die Hahn, Freunde, und gut gezielt!« Die Räuber erschraken, zogen sich eilig zurück und berieten sich mit den Übrigen. Nach einer Weile kam einer davon zurück und sprach, »Ihr Hören, es wäre Torheit von euch, um sonst euer Leben aufopfern zu wollen, denn wir sind unserer genug, um euch völlig aufzureden. Aber zieht euch zurück, es soll keinem das Geringste zu Leide geschehen. Wir wollen keinen Graschen Wert von euch nehmen.« »Was wollt ihr denn sonst?« rief der Student. »Meint ihr, wir werden solchem Gesindel trauen? Ha, nimmermehr! Wollt ihr etwas holen, in Gottes Namen? So kommet aber den Ersten, der sich um die Ecke wagt, brenne ich auf die Stirne, dass er auf ewig keine Kopfschmerzen mehr haben soll.« »Gebt uns die Dame heraus!« »Gut will ich«, antwortete der Räuber. »Es soll hier nichts geschehen. Wir wollen Sie an einen sicheren und bequemen Ort führen. Ihre Leute können zurückreiten und den Herrn Grafen bitten, er möge Sie mit zwanzigtausend Gulden auslösen.« »Solche Vorschläge sollen wir uns machen lassen?« Entgegnete der Jäger knuschend vor Wut und spannte den Hahn. »Ich zähle drei, und wenn du da unten nicht bei drei weg bist, so drücke ich. Eins, zwei, halt!« rief der Räuber mit donnernder Stimme. »Ist das Sitte, auf einen wehrlosen Mann zu schießen, der mit euch friedlich unterhandelt? Törichter Bursche, du kannst mich totschießen, und dann hast du erst keine große Heldentat getarnt. Aber hier stehen zwanzig meiner Kameraden, die mich rächen werden. »Was nützt es dann deiner Frau Gräfin, wenn ihr tot oder verstümmelt auf dem Flur lieget? Glaube mir, wenn sie freiwillig mitgeht, soll sie mit Achtung behandelt werden. Aber wenn du, bis ich drei Zähler nicht den Hahn in Ruhe setzest, so soll es ihr übel ergehen.« »Haben in Ruhe! Eins, zwei, drei!« »Mit diesen Hunden ist nicht zu spaßen,« flüsterte der Jäger, indem er den Befehl des Räubers befolgte. »Wahrhaftig, an meinem Leben liegt nichts, aber wenn ich einen niederschieße, können Sie meine Dame umso härter behandeln. Ich will die Gräfin um Rat fragen.« »Gebt uns«, fuhr mit lauter Stimme fort, »gebt uns eine halbe Stunde Waffenstillstand, um die Gräfin vorzubereiten. Sie würde, wenn sie es so plötzlich erfährt, den Tod davon haben.« »Zugestanden«, antwortete der Räuber und ließ zugleich den Ausgang der Treppe mit sechs Männern besetzen. Bestürzt und verwirrt folgten die unglücklichen Reisenden dem Jäger in das Zimmer der Gräfin. Es lag dieses so nahe und so laut hatte man verhandelt, dass ihr kein Wort entgangen war. Sie war bleich und zitterte heftig. Aber dennoch schien sie fest entschlossen, sich in ihr Schicksal zu ergeben. »Warum soll ich nutzlos das Leben so vieler braver Leute aufs Spiel setzen?«, fragte sie. »Warum euch zu einer vergeblichen Verteidigung auffordern euch, die ihr mich ja gar nicht kennet? Nein, ich sehe, dass keine andere Rettung ist, als den Elenden zu folgen.« Man war allgemein von dem Mut und dem Unglück der Dame ergriffen. Der Jäger weinte und schwur, dass er diese Schmach nicht überleben könne. Der Student aber schmähte auf sich und seine Größe von sechs Fuß. »Wäre ich nur meinen halben Kopf kleiner«, rief er, »und hätte ich keinen Bart, so wüsste ich wohl, was ich zu tun hätte. Ich ließe mir von der Frau Gräfin Kleider geben, und diese Elenden sollten spät genug erfahren, welchen Missgriff sie getan.« Auch auf Felix hatte das Unglück dieser Frau großen Eindruck gemacht. Ihr ganzes Wesen kam ihm so rührend und bekannt vor, es war ihm, als sei es seine früh verstorbene Mutter, die sich in dieser schrecklichen Lage befände. Er fühlte sich so gehoben, so mutig, dass er gerne sein Leben für das Irrige gegeben hätte. Doch als der Student jene Worte sprach, da blitzte auf einmal ein Gedanke in seiner Seele auf. Er vergaß alle Angst, alle Rücksichten, und er dachte nur an die Rettung dieser Frau. »Ist es nur dies«, sprach er, indem er schüchternd und errötend hervortrat, »gehört nur ein kleiner Körper, ein bartloses Kinn und ein mutiges Herz dazu, die gnädige Frau zu retten, so bin ich vielleicht auch nicht zu schlecht dazu. »Zieht in Gottes Namen meinen Rock an, setzt meinen Hut auf euer schönes Haar und nehmt meinen Bündel auf den Rücken und zieht als Felix der Goldarbeiter eure Straße.« Alle waren erstaunt über den Mut des Jünglings. Der Jäger aber fiel ihm freudig um den Hals. »Goldjunge«, rief er, »das wolltest du tun? Wolltest dich in meiner gnädigen Frau Kleider stecken lassen und sie retten? Das hat dir Gott eingegeben. Aber allein sollst du nicht gehen. Ich will mich mitgefangen geben, will bei dir bleiben und an deiner Seite als dein bester Freund. Solange ich lebe, sollen sie dir nichts anhaben dürfen.« »Auch ich zieh mit dir, so wahr ich lebe«, rief der Student. Es kostete lange Überredung, um die Gräfin zu diesem Vorschlag zu überreden. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, dass ein fremder Mensch für sie sich aufopfern sollte. Sie dachte sich, im Falle einer späteren Entdeckung die Rache der Räuber, die ganz auf den Unglücklichen fallen würde, schrecklich. Aber endlich siegten teils die Bitten des jungen Menschen, teils die Überzeugung, im Falle sie gerettet würde, alles aufbieten zu können, um ihren Retter wieder zu befreien. Sie willigte ein. Der Jäger und die übrigen Reisenden begleiteten Felix in das Zimmer des Studenten, wo er sich schnell einige Kleider der Gräfin überwarf. Der Jäger setzte ihm noch zum Überfluss seine falsche Haarlocke der Kammerfrau und einen Darmhut auf und alle versicherten, dass man ihn nicht erkennen würde. Selbst der Zirkelschmied schwur, dass, wenn er ihm auf der Straße begegnete, er flinkt den Hut abziehen und nicht ahnen würde, dass er vor seinem mutigen Kameraden sein Kompliment mache. Die Gräfin hatte sich indessen, mit Hilfe ihrer Kammerfrau, aus dem Ränzchen des jungen Goldarbeiters mit Kleidern versehen. Der Hut, tief in die Stirne gedrückt, der Reisestock in der Hand, das etwas leichter gewordene Bündel auf dem Rücken machten sie völlig unkenntlich, und die Reisenden würden, zu jeder anderen Zeit über diese komische Maskerade, nicht wenig gelacht haben. Der neue Handwerksbursche dankte Felix mit Tränen und versprach die schleunigste Hilfe. »Nur noch eine Bitte habe ich«, antwortete Felix, »in diesem Ränzchen, das sie auf dem Rücken tragen, befindet sich eine kleine Schachtel. Verwahren Sie diese sorgfältig. Wenn sie verloren ginge, wäre ich auf immer und ewig unglücklich. Ich muss sie meiner Pflegemutter bringen und ...« »Gottfried, der Jäger, weiß mein Schloss«, entgegnete sie, »es soll euch alles unbeschädigt wieder zurückgestellt werden, denn ich hoffe, ihr kommt dann selbst, edler junger Mann, um den Dank meines Gatten und den Meinigen zu empfangen.« Ehe noch Felix darauf antworten konnte, ertönten von der Treppe hier die rauen Stimmen der Räuber. Sie riefen, je Frist sei verflossen und alles zur Abfahrt der Gräfin bereit. Der Jäger ging zu ihnen hinab und erklärte ihnen, dass er die Dame nicht verlassen werde und lieber mit ihm gehe, wohin es auch sei, ehe er ohne seine Gebieterin vor seinem Herrn erschiene. Auch der Student erklärte, diese Dame begleiten zu wollen. Sie beratschlagten sich über diesen Fall und gestanden es endlich zu, unter der Bedingung, dass der Jäger sogleich seine Waffen abgebe. Zugleich befahlen sie, dass die übrigen Reisenden sich ruhig verhalten sollten, wenn die Gräfin hinweggeführt werde. Felix ließ den Schleier nieder, der über sein Hut gebreitet war, setzte sich in eine Ecke, die Stirne in die Hand gestützt, und in dieser Stellung eines tiefen Betrübten erwartete er die Räuber. Die Reisenden hatten sich in das andere Zimmer zurückgezogen, doch so, dass sie, was vorging, überschauen konnten. Der Jäger saß anscheinend traurig, aber auf alles lauernd in der anderen Ecke des Zimmers, das die Gräfin bewohnt hatte. Nachdem sie einige Minuten so gesessen, ging die Türe auf, und ein schöner, stattlich gekleideter Mann von etwa 36 Jahren trat in das Zimmer. Er trug eine Art von militärischer Uniform, einen Orden auf der Brust, einen langen Säbel an der Seite, und in der Hand hielt er einen Hut, von welchem schöne Federn herabweilten. Zwei seiner Leute hatten gleich nach seinem Eintritt die Türe besetzt. Er ging mit einer tiefen Verbeugung auf Felix zu. Er schien von einer Dame dieses Ranges etwas in Verlegenheit zu sein. Er setzte mehrere Male an, bis es ihm gelang, geordnet zu sprechen. »Gnädige Frau«, sagte er, »es gibt Fälle, in denen man sich in Geduld schicken muss. Ein solcher ist der Ihrige. Glauben Sie nicht, dass ich den Respekt vor einer so ausgezeichneten Dame auch nur auf einen Augenblick aus den Augen setzen werde. Sie werden alle Bequemlichkeiten haben. Sie werden über nichts klagen können als vielleicht über den Schrecken, den sie diesen Abend gaben.« Er hielt inne, als erwartete er eine Antwort. Als aber fählich beharrlich schwieg, fuhr er fort, »Sehen Sie in mir keinen Gemeindieb, keinen Kehlenabschneider.« »Ich bin ein unglücklicher Mann, den widrige Verhältnisse zu diesem Leben zwangen. Wir wollen uns auf immer aus dieser Gegend entfernen, aber wir brauchen Reisegeld. Es wäre uns ein leichtes gewesen, Kaufleute oder Postwagen zu überfallen, aber dann hätten wir vielleicht mehrere Leute auf immer ins Unglück gestürzt. Der Herr Graf, Ihr Gemahl, hat vor sechs Wochen eine Erbschaft von fünfmal hunderttausend Talern gemacht. Wir erbitten uns zwanzigtausend Gulden von diesem Überfluss, gewiss eine gerechte und bescheidene Forderung. »Sie werden daher die Gnade haben, jetzt sogleich einen offenen Brief an Ihren Gemahl zu schreiben, worin Sie melden, dass wir Sie zurückgehalten. Dass Ihr die Zahlung so bald als möglich leisten möge, widrigenfalls. Sie verstehen mich. Wir müssten dann etwas härter mit Ihnen selbst verfahren. Die Zahlung wird nicht angenommen, wenn sie nicht unter dem Siegel der strengsten Verschwiegenheit von einem einzelnen Manne hierher gebracht wird.« Diese Szene wurde mit der gespanntesten Aufmerksamkeit von allen Gästen der Waldschenke unterm ängstlichsten Mohl von der Gräfin beobachtet. Sie glaubte, jeden Augenblick der Jüngling, der sich für sie geopfert, könnte sich verraten. Sie war fest entschlossen, ihn um einen großen Preis loszukaufen, aber ebenso fest stand ihr Gedanke, um keinen Preis der Welt, auch nur einen Schritt weit mit den Räubern zu gehen. Sie hatte in der Rocktasche des Goldarbeiters ein Messer gefunden. Sie hielt es geöffnet, krampfhaft in der Hand, bereit, sich lieber zu töten, als eine solche Schmacht zu erdulden. Jedoch nicht minder ängstlich war Felix selbst. Zwar stärkte und tröstete ihn der Gedanke, dass es eine männliche und würdige Tat sei, einer bedrängten, hilflosen Frau auf diese Weise beizustehen, aber er fürchtete, sich durch jede Bewegung, durch seine Stimme zu verraten. Seine Angst steigerte sich, als der Räuber von einem Briefe sprach, den er schreiben sollte. Was sollte er schreiben? Welche Titel dem Grafen geben? Welche Form dem Briefe, ohne sich zu verraten? Seine Angst stieg aber aufs Höchste, als der Anführer der Räuberpapier und Feder vor ihn hinlegte, ihn bat, den Schleier zurückzuschlagen und zu schreiben. Felix wusste nicht, wie hübsch ihm die Tracht passte, in welche er gekleidet war. Hätte er es gewusst, er würde sich vor einer Entdeckung nicht dem Mindesten gefürchtet haben. Denn, als er endlich notgedrungen den Schleier zurückschlug, schien der Herr in Uniform, betroffen von der Schönheit der Dame und ihren etwas männlichen, mutigen Zügen, sie nur noch ehrfurchtsvoller zu betrachten. Dem klaren Blick des jungen Goldschmieds entging dies nicht. Getrost, dass wenigstens in diesem gefährlichen Augenblick keine Entdeckung zu fürchten sei, ergriff er die Feder und schrieb an seinen vermeintlichen Gemahl nach einer Form, die er sie einst in einem alten Buche gelesen. Er schrieb, »Mein Herr und Gemahl, ich unglückliche Frau bin auf meiner Reise mitten in der Nacht plötzlich angehalten worden, und zwar von Leuten, welchen ich keine gute Absicht zutrauen kann. Sie werden mich so lange zurückhalten, bis Sie, Herr Graf, die Summe von zwanzigtausend Gulden für mich niedergelegt haben. Die Bedingung ist dabei, dass Sie nicht dem Mindesten über die Sache sich bei der Obrigkeit beschweren, noch Ihre Hilfe nachsuchen, dass Sie das Geld durch einen einzelnen Mann in die Waldschänke im Spessart schicken. »Widrigenfalls ist mir mit längerer und harter Gefangenschaft gedroht. Es fleht Sie um schleunige Hilfe an, Ihre unglückliche Gemahlin.« Er reichte den merkwürdigen Brief dem Anführer der Räuber, der ihn durchlas und billigte. »Es kommt nun ganz auf Ihre Bestimmung an«, fuhr fort, »ob Sie Ihre Kammerfrau oder Ihren Jäger zur Begleitung wählen werden. Die eine dieser Personen werde ich mit dem Brief an Ihren Herrn Gemahl zuschicken.« »Der Jäger und dieser Herr hier werden mich begleiten«, antwortete Felix. »Gut«, entgegnete jener, indem er an die Türe ging und die Kammerfrau herbeirief, »so unterrichten Sie diese Frau, was sie zu tun habe.« Die Kammerfrau erschien mit Zittern und Beben. Auch Felix erblasste, wenn er bedachte, wie leicht er sich auch jetzt wieder verraten könnte. Doch ein unbegreiflicher Mut, der ihn in jenen gefährlichen Augenblicken stärkte, gab ihm auch jetzt wieder seine Reden ein. »Ich habe dir nichts weiter aufzutragen«, sprach er, »als daß du den Grafen bittest, mich so bald als möglich aus dieser unglücklichen Lage zu reißen.« »Und«, fuhr der Räuber fort, »dass Sie dem Herrn Grafen aufs Genaueste und Ausdrücklichste empfehlen, daß er alles Verschweigung, nichts gegen uns unternehme, bis seine Gemahlin in seinen Händen ist. Unsere Kundschafter würden uns bald genug davon unterrichten, und ich möchte dann für nichts stehen.« Die zitternde Kammerfrau versprach alles. Es wurde ihr noch befohlen, einige Kleidungsstücke und Linnzeug für die Frau Gräfin in ein Bündel zu packen, weil man sich nicht mit vielem Gepäck beladen könne, und als dies geschehen war, forderte der Anführer der Räuber die Dame mit einer Verbeugung auf, ihm zu folgen. Felix stand auf. Der Jäger und der Student folgten ihm, und alle drei stiegen, begleitet von dem Anführer der Räuber, die Treppe hinab. Vor der Waldschenke standen viele Pferde. Eines wurde dem Jäger angewiesen, ein anderes, ein schönes, kleines Tier mit einem Darmsattel versehen, stand für die Greifin bereit, ein drittes gab man dem Studenten. Der Hauptmann hob den jungen Goldschmied in den Sattel, schnallte ihn fest und bestieg dann selbst sein Ross. Er stellte sich zur Rechten der Dame auf, zur Linken hielt einer der Räuber. Auf gleiche Weise waren auch der Jäger und der Student umgeben. Nachdem sich auch die übrige Bande zu Pferde gesetzt hatte, gab der Anführer mit einer helltönenden Pfeife das Zeichen zum Aufbruch, und bald war die ganze Schar im Walde verschwunden. Die Gesellschaft, die im oberen Zimmer versammelt war, erholte sich nach diesem Auftritt allmählich von ihrem Schrecken. Sie wären, wie es nach großem Unglück oder plötzlicher Gefahr zu geschehen pflegt, vielleicht sogar heiter gewesen, hätte sie nicht der Gedanke an ihre drei Gefährten beschäftigt, die man vor ihren Augen hinweggeführt hatte. Sie brachen in Bewunderung des jungen Goldschmieds aus, und die Gräfin vergoss Tränen der Rührung, wenn sie bedachte, dass sie einem Menschen so unendlich viel zu verdanken habe, dem sie nie zuvor Gutes getan, den sie nicht einmal kannte. Ein Trost war es für alle, dass der hellenmütige Jäger und der wackere Student ihn begleitet hatten, konnten sie ihn doch trösten, wenn der junge Mann sich unglücklich fühlte, ja. Der Gedanke lag nicht gar zu ferne, dass der verschlagene Weidmann vielleicht Mittel zu ihrer Flucht finden könnte. Sie berieten sich noch miteinander, was zu tun sei. Die Gräfin beschloss, da sie ja kein Schwur gegen den Räuber binde, sogleich zu ihrem Gemahl zurückzureisen und alles aufzubieten, den Aufenthalt der Gefangenen zu entdecken und sie zu befreien. Der Fuhrmann versprach, nach Aschaffenburg zu reiten und die Gerichte zur Verfolgung der Räuber anzurufen. Der Zirkelschmied aber wollte seine Reise fortsetzen. Die Reisenden wurden in der Nacht nicht mehr beunruhigt. Totenstille herrschte in der Waldschenke, die noch vor kurzem der Schauplatz so schrecklicher Szenen gewesen war. Als aber morgen die Bediensteten der Gräfin zu der Wirtin hinabgingen, um alles zur Abfahrt fertig zu machen, kehrten sie schnell zurück und berichteten, dass sie die Wirtin und ihr Gesinde in elendem Zustande gefunden hätte. Sie lägen gebunden in der Schenke und flehten um Beistand. Die Reisenden sahen sich bei dieser Nachricht erstaunt an. »Wie?« rief der Zirkelschmied. »So sollten diese Leute dennoch unschuldig sein? So hätten wir ihnen Unrecht getan und sie ständen nicht im Einverständnis mit den Räubern?« »Ich lasse mich aufhängen statt ihrer«, erwiderte der Fuhrmann, »wenn wir nicht dennoch recht hatten. Dies ist alles nur Betrug, um nicht überwiesen werden zu können.« »Erinnert ihr euch nicht der verdächtigen Mienen dieser Wirtschaft?« »Erinnert ihr euch nicht, als ich hinabgehen wollte, wie mich der abgerichtete Hund nicht losließ?« »Wie die Wirtin und der Hausknecht sogleich erschienen und mürrisch fragten, was ich denn noch zu tun hätte?« »Doch, sie sind unser, wenigstens der Frau Greifin Glück.« »Hätte es in der Schenke weniger verdächtig ausgesehen, hätte uns die Wirtin nicht so misstrauisch gemacht, wir wären nicht zusammengestanden, wären nicht wachgeblieben.« »Die Räuber hätten uns überfallen im Schlafe, hätten zum wenigstens unsere Türe bewacht, und diese Verwechslung des braven jungen Burschen wäre nimmer möglich geworden.« Sie stimmten mit der Meinung des Fuhrmanns alle überein und beschlossen, auch die Wirtin und ihr Gesinde bei der Obrigkeit anzugeben. Doch um sie desto sicherer zu machen, wollten sie sich jetzt nichts merken lassen. Die Bediensteten und der Fuhrmann gingen da hinab in das Schenkzimmer, lösten die Bande der Diebeshehle auf und bezeugten sich so mitleidig und bedauernd als möglich. Um ihre Gäste noch mehr zu versöhnen, machte die Wirtin nur eine kleine Rechnung für jeden und lud sie ein, recht bald wiederzukommen. Der Fuhrmann zahlte seine Zeche, nahm von seinen Leidensgenossen Abschied und fuhr seine Straße. Nach diesem machten sich die beiden Handwerksburschen auf den Weg. So leicht das Bündel des Goldschmieds war, so drückte es doch die zarte Dame nicht wenig. Aber noch viel schwerer wurde ihr ums Herz, als unter der Haustüre die Wirtin ihre verbrecherische Hand hinstreckte, um Abschied zu nehmen. »Was seid ihr doch ein junges Blut«, rief sie beim Abschied des zarten Jungen, »noch so jung und schon in die Welt hinaus!« »Ihr seid gewiss ein verdorbenes Kräutlein, das der Meister aus der Werkstatt jagte.« »Nun, was geht es mich an? Schenket mir die Ehre bei der Heimkehr. Glückliche Reise!« Die Gräfin wagte vor, Angst und Beben nicht zu antworten. Sie fürchtete, sich durch ihre zarte Stimme zu verraten. Der Zirkelschmied merkte es, nahm seinen Gefährten unter den Arm, sagte der Wirtin Ade und stimmte ein lustiges Lied an, während er dem Walde zuschritt. »Jetzt erst bin ich in Sicherheit«, rief die Gräfin, als sie etwa hundert Schritte entfernt waren. »Noch immer glaubte ich, die Frau werde mich erkennen und durch ihre Knechte festnehmen. Oh, wie will ich euch allen danken! Kommet auch ihr mit auf mein Schloss, ihr müsst doch euren Reisegenossen bei mir wieder abholen.« Der Zirkelschmied sagte zu, und während sie noch sprachen, kam der Wagen, der greif in ihnen nachgefahren. Schnell wurde die Türe geöffnet, die Dame schlüpfte hinein, grüßte den jungen Handwerksburschen noch einmal, und der Wagen fuhr weiter. Um dieselbe Zeit hatten die Räuber und ihre Gefangenen den Lagerplatz der Bande erreicht. Sie waren durch eine ungebahnte Waldstraße im schnellsten Trab weggeritten. Mit ihren Gefangenen wechselten sie kein Wort, auch unter sich flüsterten sie nur zuweilen, wenn die Richtung des Weges sich veränderte. Vor einer tiefen Waldschlucht machte man endlich Halt. Die Räuber saßen ab, und ihr Anführer hob den Goldarbeiter vom Pferd, indem er sich für den harten und eiligen Ritt entschuldigte, und fragte, ob die gnädige Frau nicht gar zu sehr angegriffen sei. Felix antwortete ihm so zierlich als möglich, und der Hauptmann bot ihm den Arm, um ihn in die Schlucht zu führen. Es ging einen steilen Abhang hinab. Der Fußpfad, welcher hinunterführte, war so schmal und abschüssig, dass der Anführer oft seine Dame unterstützen musste, um sie vor der Gefahr hinabzustürzen zu bewahren. Endlich langte man unten an. Felix sah vor sich beim Mattenscheine des anbrechenden Morgens ein enges, kleines Tal, von höchstens hundert Schritten im Umfang, das tief in einem Kessel hoch hinabstrebender Felsen lag. Etwa sechs bis acht kleine Hütten waren in dieser Schlucht aus Brettern und abgehauenen Bäumen aufgebaut. Einige schmutzige Weiber schauten neugierig aus diesen Höhlen hervor, und ein Rudel von zwölf großen Hunden und ihren unzähligen Jungen umsprang heulend und bellend die Ankommenden. Der Hauptmann führte die vermeintliche Gräfin in die Beste dieser Hütten und sagte ihr, diese sei ausschließlich zu ihrem Gebrauch bestimmt. Auch erlaubte ihr auf Felixes Verlangen, dass der Jäger und der Student zu ihm gelassen wurden. Die Hütte war mit Rehfällen und Matten ausgelegt, die zugleich zum Fußboden und zum Sitzen dienen mussten. Einige Krüge und Schüsseln, aus Holz geschnitzt, eine alte Jagdflinte und in der hintersten Ecke ein Lager, aus ein paar Brettern gezimmert und mit wollenden Decken bekleidet, welchen man den Namen eines Bettes nicht geben konnte, waren die einzigen Geräte dieses gräflichen Palastes. Jetzt erst, alleingelassen in dieser elenden Hütte, hatten die drei Gefangenen Zeit, über ihre sonderbare Lage nachzudenken. Felix, der zwar seine edelmütige Handlung keinen Augenblick bereute, aber doch für seine Zukunft im Falle einer Entdeckung bange war, wollte sich in lautem Klagen Luft machen. Der Jäger aber rückte ihm schnell näher und flüsterte ihm zu, sei um Gottes Willen stille, lieber Junge, glaubst du denn nicht, dass man uns behorcht? Aus jedem Wort, aus dem Ton deiner Sprache könnten sie Verdacht schöpfen, setzte der Student hinzu. Dem armen Felix blieb nichts übrig, als stille zu weinen. Glaubt mir, Herr Jäger, sagte er, ich weine nicht aus Angst vor diesen Räubern oder aus Furcht vor dieser elenden Hütte, nein, es ist ein ganz anderer Kummer, der mich drückt. Wie leicht kann die Gräfin vergessen, was ich ihr noch schnell sagte, und dann hält man mich für einen Dieb, und ich bin elend auf immer. Aber was ist es denn, was dich so ängstigt? fragte der Jäger, verwundert über das Benehmen des jungen Menschen, der sich bisher so mutig und stark betragen hatte. »Höre zu, und ihr werdet mir Recht geben«, antwortete Felix. »Mein Vater war ein geschickter Goldarbeiter in Nürnberg, und meine Mutter hatte früher bei einer vornehmen Frau gedient als Kammerfrau, und als sie meinen Vater heiratete, wurde sie von der Gräfin, welche sie gedient hatte, trefflich ausgestattet. Diese blieb meinen Eltern immer gewogen, und als ich auf die Welt kam, wurde sie meine Pate und beschenkte mich reichlich. Aber als meine Eltern bald nacheinander an einer Seuche starben, und ich ganz allein und verlassen in der Welt stand und ins Waisenhaus gebracht werden sollte, da vernahm die Frau Pate unser Unglück, nahm sich meiner an und gab mich in ein Erziehungshaus. Und als ich alt genug war, schrieb sie mir, ob ich nicht des Vaters Gewerbe lernen wollte. Ich war froh darüber und sagte zu, und so gab sie mich meinem Meister in Würzburg in die Lehre. Ich hatte geschickt zur Arbeit und brachte es bald so weit, dass mir der Lehrbrief ausgestellt wurde und ich auf die Wanderschaft mich rüsten konnte. Dies schrieb ich der Frau Pate, und flugs antwortete sie, dass sie das Geld zur Wanderschaft gebe. Dabei schickte sie prachtvolle Steine mit und verlangte, ich solle sie fassen zu einem schönen Geschmeide. Ich solle dann solches als Probe meiner Geschicklichkeit selbst überbringen und das Reisegeld in Empfang nehmen. Meine Frau Pate habe ich in meinem Leben nicht gesehen, und ihr könntet denken, wie ich mich auf sie freute. Tag und Nacht arbeitete ich an dem Schmuck, er wurde so schön und zierlich, dass selbst der Meister darüber staunte. Als es fertig war, packte ich alles sorgfältig auf den Boden meines Ränzels, nahm Absteht vom Meister und wanderte meine Straße nach dem Schlosse der Frau Pate. Und da kam, fuhr in Tränen ausbrechend fort, diese schrecklichen Menschen und zerstörten all meine Hoffnung. Denn, wenn eure Frau Gräfin den Schmuck verliert oder vergisst, was sie hier sagte und das schlechte Ränzchen wegwirft, wie soll ich dann vor meine gnädige Frau Pate treten? Mit was soll ich mich ausweisen? Woher die Steine ersetzen? Und das Reisegeld ist dann auch verloren, und ich erscheine als ein undankbarer Mensch, der anvertrautes Gut so leichtfertig weggegeben. Und am Ende wird man mir glauben, wenn ich den wunderbaren Vorfall erzähle? Über das Letztere sei getrost, erwiderte der Jäger. Ich glaube nicht, dass bei der Frau Gräfin neuer Schmuck verloren gehen kann. Und wenn doch, so wird sie sicherlich ihn ihrem Retter wieder erstatten und ein Zeugnis über diese Vorfälle ausstellen. Wir verlassen euch jetzt auf einige Stunden, denn wahrhaftig, wir brauchen Schlaf, und nach den Anstrengungen dieser Nacht werdet ihr ihn auch nötig haben. Nachher lasst uns im Gespräch unser Unglück auf Augenblicke vergessen oder, besser noch, auf unsere Flucht denken. Sie ging. Felix blieb allein zurück und versuchte, dem Rat des Jägers zu folgen. Als nach einigen Stunden der Jäger mit dem Studenten zurückkam, fand er seinen jungen Freund gestärkter und munterer als zuvor. Er erzählte dem Goldschmied, dass ihm der Hauptmann alle Sorgfalt für die Dame empfohlen habe, und in wenigen Minuten werde eines der Weiber, die sie unter den Hütten gesehen haben, der gnädigen Gräfin Kaffee bringen und ihre Dienste zur Aufwartung anbieten. Sie beschlossen, um ungestört zu sein, diese Gefälligkeit nicht anzunehmen, und als das alte, hässliche Zigeunerweit kam, das Frühstück versetzte und mit grinsender Freundlichkeit fragte, ob sie nicht sonst noch zu Diensten sein könnte, winkte ihr Felix zu gehen. Und als sie noch zauderte, scheuchte sie der Jäger aus der Hütte. Der Student erzählte dann weiter, was sie sonst noch von dem Lager der Räuber gesehen. »Die Hütte, die ihr bewohnt, schönste Frau Gräfin«, sprach er, »scheint ursprünglich für den Hauptmann bestimmt. Sie ist nicht so geräumig, aber schöner als die übrigen. Außer dieser sind noch sechs andere da, in welchen die Weiber und Kinder wohnen, denn von den Räubern sind selten mehr als sechs zu Hause. Einer steht nicht weit von dieser Hütte wache, der andere unten am Weg, in der Höhe, und ein dritter hat den Lauerposten oben am Eingang in der Schlucht. Von zwei zu zwei Stunden werden sie von den drei übrigen abgelöst. Jeder hat überdies zwei große Hunde neben sich liegen, und sie sind alle so wachsam, dass man keinen Fuß aus der Hütte setzen kann, ohne dass sie anschlagen. Ich habe keine Hoffnung, dass wir uns durchstehen können.« »Machet mich nicht traurig, ich bin nach dem Schlummer mutiger geworden«, entgegnete Felix. »Gebet nicht alle Hoffnung auf, und fürchtet ihr Verrat, so lasset uns lieber jetzt von etwas anderem reden, und nicht lange voraus schon kummervoll sein. Herr Studentin, der Schenke habt ihr angefangen, etwas zu erzählen. Fahrt jetzt fort, denn wir haben Zeit zum Plaudern.« »Kann ich mich doch kaum erinnern, was es war«, antwortete der junge Mann. »Ihr erzählet die Sage von dem kalten Herz, und seid stehen geblieben, wie der Wirt und der andere Spieler den Kohlenpeter aus der Türe werfen.« »Ach, gut, ich entsinne mich jetzt wieder«, entgegnete er. »Nun, wenn ihr weiterhören wollet, will ich fortfahren.« Es mochten schon etwa fünf Tage vergangen sein, während Felix, der Jäger und der Student, noch immer unter den Räubern gefangen saßen. Sie wurden zwar von dem Hauptmann und seinen Untergebenen gut behandelt, aber dennoch sehnten sie sich nach Befreiung, denn je mehr die Zeit fortrückte, desto höher stieg auch ihre Angst vor der Entdeckung. Am Abend des fünften Tages erklärte der Jäger seinen Leidensgenossen, dass er entschlossen sei, in dieser Nacht loszubrechen, und wenn es ihn auch das Leben kosten sollte. Er munterte seine Gefährten zum gleichen Entschluss auf und zeigte ihnen, wie sie ihre Flucht ins Werk setzen könnten. »Den, der uns zunächst steht, nehme ich auf mich. Es ist Notwehr, und Not kennt kein Gebot. Er muss sterben.« »Sterben«, rief Felix entsetzt, »ihr wollt ihn totschlagen?« »Das bin ich fest entschlossen, wenn es darauf ankommt, zwei Menschenleben zu retten. Wisset, dass sich die Räuber mit besorglicher Miene habe flüstern hören. Im Wald werde nach ihnen gestreift, und die alten Weiber verrieten in ihrem Zorn die böse Absicht der Bande. Sie schimpften auf uns und gaben zu verstehen, wenn die Räuber angegriffen würden, so müssten wir ohne Gnade sterben.« »Gott im Himmel«, schrie der Jüngling entsetzt und verbarg sein Gesicht in die Hände. »Noch haben sie uns das Messer nicht an die Kehle gesetzt«, fuhr der Jäger fort, »drum lasst uns ihn zuvorkommen. Wenn es dunkel ist, schleiche ich auf die nächste Wache zu. Sie wird anrufen. Ich werde ihm zuflüstern, die Gräfin sei plötzlich sehr krank geworden, und indem er sich umsieht, stoße ich ihn nieder. Dann hole ich euch ab, junger Mann, und der zweite kann uns ebenso wenig entgehen. Und beim dritten haben wir zu zweit leichtes Spiel.« Der Jäger sah bei diesen Worten so schrecklich aus, dass Felix sich vor ihm fürchtete. Er wollte ihn bereden, von diesem blutigen Gedanken abzustehen, als die Türe leise aufging und schnell eine Gestalt hereinschlüpfte. Es war der Hauptmann. Behutsam schloss er wieder zu und winkte den beiden Gefangenen, sich ruhig zu verhalten. Er setzte sich neben Felix nieder und sprach, »Frau Gräfin, ihr seid in schlimmer Lage. Euer Herr Gemahl hat nicht Wort gehalten, er hat nicht nur das Lösegeld nicht geschickt, sondern er hat auch die Regierung umher aufgeboten. Bewaffnete Mannschaft streift von allen Seiten durch den Wald, um mich und meine Leute auszuheben. Ich habe eurem Gemahl gedroht, euch zu töten, wenn er Miene macht, uns anzugreifen. Doch es muss ihm entweder an eurem Leben wenig liegen, oder er traut unseren Schwüren nicht. Euer Leben ist in unserer Hand, ist nach unseren Gesetzen verwirkt. Was wollet ihr dagegen einwenden?« Bestürzt sahen die Gefangenen vor sich nieder. Sie wussten nicht zu antworten, denn Felix erkannte wohl, dass ihn das Geständnis über seine Verkleidung nur noch mehr in Gefahr setzen könnte. »Es ist mir unmöglich«, fuhr der Hauptmann fort, »eine Dame, die meine vollkommene Achtung hat, also in Gefahr zu sehen. Darum will ich euch einen Vorschlag zur Rettung machen, es ist der einzige Ausweg, der euch übrig bleibt. Ich will mit euch entfliehen.« Erstaunt, überrascht, blickten ihn beide an. Er aber sprach weiter, »Die Mehrzahl meiner Gesellen ist entschlossen, nach Italien zu ziehen und unter einer weit verbreiteten Bande Dienste zu nehmen. Mir für meinen Teil behagt es nicht, unter einem anderen zu dienen, und darum werde ich keine gemeinschaftliche Sache mit ihnen machen. Wenn ihr mir nun euer Wort geben wolltet, Frau Gräfin, für mich gut zu sprechen, eure mächtigen Verbindungen zu meinem Schutze anzuwenden, so kann ich euch noch freimachen, ehe es zu spät ist.« Felix schwieg verlegen. Sein redliches Herz sträubte sich, den Mann, der ihm das Leben retten wollte, geflissentlich einer Gefahr auszusetzen, vor welcher er ihn nachher nicht schützen könnte. Als er noch immer schwieg, fuhr der Hauptmann fort, »Man sucht gegenwärtig überall Soldaten. Ich will mit dem geringsten Dienst zufrieden sein, ich weiß, dass ihr viel vermöget. Aber ich will ja nichts weiter als euer Versprechen, etwas für mich in dieser Sache zu tun.« »Nun denn«, antwortete Felix mit niedergeschlagenen Augen, »ich verspreche euch, was ich tun kann, was in meinen Kräften steht, anzuwenden, um euch nützlich zu sein. Legt doch, wie es euch ergehe, ein Trost für mich darin, dass ihr diesem Räuberleben euch selbst freiwillig entzogen habt.« Gerührt küßte der Hauptmann die Hand dieser gütigen Dame, flüsterte ihr noch zu, sich zwei Stunden nach Anbruch der Nacht bereit zu halten, und verließ dann ebenso vorsichtig, wie er gekommen war, die Hütte. Die Gefangenen atmeten freier, als er hinweggegangen war. »Wahrlich«, rief der Jäger, »dem hat Gott das Herz gelenkt. Wie wunderbar sollen wir errettet werden! Hätte ich mir träumen lassen, dass in der Welt noch etwas dergleichen geschehen könnte, und dass mir ein solches Abenteuer begegnen sollte?« »Wunderbar allerdings«, erwiderte Felix, »aber habe ich auch Recht getan, diesen Mann zu betrügen? Was kann ihm mein Schutz frommen? Saget selbst, Jäger, heißt es ihn nicht an den Galgenlocken, wenn ich ihm nicht gestehe, wer ich bin?« »Wie möget ihr solche Skrupel haben, lieber Junge«, entgegnete der Student, »nachdem ihr eure Rolle so meisterhaft gespielt, nein, darüber dürft ihr euch nicht ängstigen, das ist nichts anderes als erlaubte Notwehr. Hat er doch den Frevel begangen, eine angesehene Frau schändlicherweise von der Straße hinwegführen zu wollen, und wäret ihr nicht gewesen, wer weiß, wie es um das Leben der Geifin stände, nein, ihr habt nicht Unrecht getan. »Übrigens glaube ich, er wird bei den Gerichten sicher ein Stein im Brett gewinnen, wenn er, das Haupt dieses Gesindels, sich selbst ausliefert.« Dieser letztere Gedanke tröstete den jungen Goldschmied. Freudig bewegt und doch wieder voller Banger Besorgnis über das Gelingen des Planes, durchlebten sie die nächsten Stunden. Es war schon dunkel, als der Hauptmann auf einen Augenblick in die Hütte trat, ein Bündel Kleider niederlegte und sprach, »Frau Gräfin, um unsere Flucht zu erleichtern, müsst ihr notwendig diese Männerkleidung anlegen. Machet euch fertig, in einer Stunde treten wir den Marsch an.« Nach diesen Worten verließ er die Gefangenen, und der Jäger hatte Mühe, nicht laut zu lachen. »Das wäre nun die zweite Verkleidung,« rief er, »und ich wollte schwören, diese steht euch noch besser als die erste.« Sie öffneten das Bündel und fanden ein hübsches Jagdkleid mit allem Zubehör, das Felix trefflich passte. Nachdem er sich gerüstet, wollte der Jäger die Kleider der Gräfin in einen Winkel der Hütte werfen, Felix gab es aber nicht zu. Er legte sie zu einem kleinen Bündel zusammen und äußerte, er wolle die Gräfin bitten, sie ihm zu schenken, und sie dann sein ganzes Leben hindurch zum Andenken an diese merkwürdigen Tage aufbewahren. Endlich kam der Hauptmann. Er war vollständig bewaffnet und brachte dem Jäger die Büchse, die man ihm abgenommen, und ein Pulverhorn. Auch dem Studenten gab er eine Flinte, und Felix reichte an Hirschfänger, mit der Bitte, ihn auf den Fall der Not umzuhängen. Es war ein Glück für die drei, dass es sehr dunkel war. Denn leicht hätten die leuchtenden Blicke, womit Felix diese Waffe empfing, dem Räuber seinen Wahnstand verraten können. Als diese behutsam aus der Hütte getreten waren, bemerkte der Jäger, dass der gewöhnliche Posten an der Hütte diesmal nicht besetzt sei. So war es möglich, dass sie unbemerkt an den Hütten vorbeischleichen konnten, doch schlug der Hauptmann nicht den gewöhnlichen Pfad ein, der aus der Schlucht in den Wald hinausführte, sondern ernährte sich einem Felsen, der ganz senkrecht und, wie es schien, unzugänglich vor ihm lag. Als sie dort angekommen waren, machte der Hauptmann auf eine Strickleiter aufmerksam, die an dem Felsen herabgespannt war. Er warf seine Büchse auf den Rücken und stieg zuerst hinan. Dann rief er der Gräfin zu ihm zu folgen und bot ihr die Hand zur Hilfe. Der Jäger stieg zuletzt herauf. Hinter diesem Felsen zeigte sich ein Fußpfad, den sie einschlugen und rasch vorwärts gingen. »Dieser Fußpfad«, sprach der Hauptmann, »führt nach der Aschaffenburger Straße. Dorthin wollen wir uns begeben, denn ich habe genau erfahren, dass ihr Gemahl, der Graf, sich gegenwärtig dort aufhält.« Schweigend zogen sie weiter, der Räuber immer voran, die drei anderen dicht hinter ihm. Noch drei Stunden hielten sie an. Der Hauptmann lud Felix ein, sich auf einen Baumstamm zu setzen, um auszuruhen. Er zog Brot, eine Feldflasche mit altem Wein hervor, und bot es den Ermüdeten an. »Ich glaube, wir werden, ehe eine Stunde vergeht, auf den Kordon stoßen, den das Militär durch den Wald gezogen hat. In diesem Fall bitte ich Sie, mit dem Anführer der Soldaten zu sprechen und gute Behandlung für mich zu verlangen.« Felix sagte auch dies zu, obwohl er sich von seiner Verwendung geringen Erfolg versprach. Sie ruhten noch eine halbe Stunde und brachen dann auf. Sie mochten etwa wieder eine Stunde gegangen sein und näherten sich schon der Landstraße. Der Tag fing an heraufzukommen, und die Dämmerung verbreitete sich schon im Wald, als ihre Schritte plötzlich durch ein lautes »Halt! Stitt!« gefesselt wurden. Sie hielten, und fünf Soldaten rückten gegen sie vor und bedeuteten ihnen, sie müssten folgen und vor dem kommandierenden Major sich über ihre Reise ausweisen. Als sie noch etwa fünfzig Schritte gegangen waren, sahen sie links und rechts im Gebüsch Gewehre blitzen, eine große Schar schien den Wald besetzt zu haben. Der Major saß mit mehreren Offizieren und anderen Männern unter einer Eiche. Als die Gefangenen vor ihn gebracht wurden, und er eben anfangen wollte, sie zu examinieren über das »Woher und Wohin«, sprang einer der Männer auf und rief »Mein Gott, was sehe ich? Das ist ja Gottfried, unser Jäger!« »Jawohl, Herr Amtmann«, antwortete der Jäger mit freudiger Stimme, »da bin ich und wunderbar gerettet aus der Hand des schlechten Gesindels!« Die Offiziere erstaunten ihn hier zu sehen. Der Jäger aber bat den Major und den Amtmann, mit ihm auf die Seite zu treten, und erzählte in kurzen Worten, wie sie errettet wurden und wer der Dritte sei, welcher ihn und den jungen Goldschmied begleite. Erfreut über diese Nachricht, traf der Major sogleich seine Maßregeln, den wichtigen Gefangenen weitertransportieren zu lassen. Den jungen Goldschmied aber führte er zu seinen Kameraden, stellte ihn als den heldenmütigen Jüngling vor, der die Gräfin durch seinen Mut und seine Geistesgegenbart gerettet habe, und alle schüttelten Felix freudig die Hand, lobten ihn und konnten nicht satt werden, sich von ihm und dem Jäger ihre Schicksale erzählen zu lassen. Indessen war es völlig Tag geworden. Der Major beschloss, die Befreiten selbst bis in die Stadt zu begleiten. Er ging mit ihnen und dem Amtmann der Gräfin in das nächste Dorf, wo sein Wagen stand, und dort musste sich Felix zu ihm in den Wagen setzen. Der Jäger, der Student, der Amtmann und viele andere Leute ritten vor ihnen her, und so zogen sie im Triumph der Stadt zu. Wie ein Lauffeuer hatte sich das Gerücht von dem Überfall in der Waldschenke, von der Aufopferung des jungen Goldarbeiters in der Gegend verbreitet, und ebenso reißend ging jetzt die Sage von seiner Befreiung von Mund zu Mund. Es war daher nicht zu verwundern, dass in der Stadt, wohin sie zogen, die straßengedrängt voll Menschen standen, die den jungen Helden sehen wollten. Alles drängte sich zu, als der Wagen langsam hereinfuhr. »Das ist er!« riefen sie. »Seht ihr ihn dort im Wagen neben dem Offizier? Es lebe der brave Goldschmidsjunge!« Und ein tausendstimmiges Hoch füllte die Lüfte. Felix war beschämt, gerührt von der rauschenden Freude der Menge. Aber ein noch rührenderer Anblick stand ihm auf dem Rathause der Stadt bevor. Ein Mann von mittleren Jahren, in reichen Kleidern, empfing ihn an der Treppe und umarmte ihn mit Tränen in den Augen. »Wie kann ich dir vergelten, mein Sohn?« rief er. »Du hast mir viel gegeben, als ich nahe daran war, unendlich viel zu verlieren. Du hast mir die Gattin, meinen Kindern, die Mutter gerettet, denn ihr zartes Leben hätte die Schrecken einer solchen Gefangenschaft nicht ertragen.« Es war der Gemahl der Gräfin, der diese Worte sprach. So sehr sich Felix sträuben mochte, einen Lohn für seine Aufopferung zu bestimmen, so unerbittlich schien der Graf darauf bestehen zu wollen. Da fiel dem Jüngling das unglückliche Schicksal des Räuberhauptmanns ein. Er zählte, wie er ihn gerettet, wie diese Rettung eigentlich der Gräfin gegolten habe. Der Graf, gerührt nicht sowohl von der Handlung des Hauptmanns als von dem neuen Beweis einer edlen Uneigennützigkeits, den Felix durch die Wahl seiner Bitte ablegte, versprach, das seinige zu tun, um den Räuber zu retten. Noch am selben Tag aber führte der Graf, begleitet von dem wackeren Jäger, den jungen Goldschmied nach seinem Schlosse, wo die Gräfin, noch immer besorgt um das Schicksal des jungen Mannes, der sich für sie geopfert, sehnsuchtsvoll auf Nachrichten wartete. Wer beschreibt ihre Freude, als ihr Gemahl den Retter an der Hand in ihr Zimmer trat? Sie fand kein Ende, ihn zu befragen, ihm zu danken. Sie ließ ihre Kinder herbeibringen und zeigte ihnen den hochherzigen Jüngling, dem ihre Mutter so unendlich viel verdanke. Und die Kleinen fassten seine Hände, und der zarte Sinn ihres kindlichen Dankes, ihre Versicherung, dass er ihnen nach Vater und Mutter auf der ganzen Erde das Liebste sei, waren ihm die schönste Entschädigung für manchen Kummer, die schlaflosen Nächte in der Hütte der Räuber. Als die ersten Momente des frohen Wiedersehens vorüber waren, winkte die Gräfin einem Diener, welcher bald darauf jene Kleider und das wohlbekannte Ränzchen herbeibrachte, welche Felix der Gräfin in der Waldschenk überlassen hatte. »Hier ist alles,« sprach sie mit gütigem Lächeln, »was ihr mir in jenen furchtbaren Augenblicken gegeben. Es ist der Zauber, womit ihr mich umhüllt habt, um meine Verfolger mit Blindheit zu schlagen. »Es steht euch wieder zu Diensten, doch will ich euch den Vorschlag machen, diese Kleider, die ich zum Andenken an euch aufbewahren möchte, mir zu überlassen, und zum Tausch dafür die Summe anzunehmen, welche die Räuber zum Lösegeld für mich bestimmten.« Felix erschrak über die Größe dieses Geschenkes. Sein edler Sinn sträubte sich, einen Lohn für das anzunehmen, was er aus freiem Willen getan. »Gnädige Frau«, sprach er bewegt, »ich kann dies nicht gelten lassen. Die Kleider sollen euer sein, wie ihr es befehlet, jedoch die Summe, von der ihr sprechet, kann ich nicht annehmen. Doch weil ich weiß, dass ihr mich durch irgendetwas belohnen wollet, so erhaltet mir eure Gnade statt anderen Lohnes. Und sollte ich in den Fall kommen, eurer Hilfe zu bedürfen, so könnt ihr darauf rechnen, dass ich euch darum bitten werde.« Noch lange drang man in den jungen Mann, aber nichts konnte seinen Sinn ändern. Die Gräfin und ihr Gemahl gaben endlich nach, und schon wollte der Diener die Kleider und das Ränzchen wieder wegtragen, als Felix sich an das Geschmeide erinnerte, das er im Gefühl so vieler freudiger Szenen ganz vergessen hatte. »Halt«, rief er, »nur etwas müsst ihr mir noch aus meinem Ränzchen zu nehmen erlauben, gnädige Frau, das Übrige ist dann ganz und völlig euer.« »Schaltet nach Belieben«, sprach sie, »obgleich ich gerne alles zu eurem Gedächtnis behalten hätte, so nehmt nur, was ihr etwa davon nicht entbehren wollet. Doch, wenn man fragen darf, was liegt euch denn so sehr am Herzen, dass ihr es mir nicht überlassen möget?« Der Jüngling hatte während dieser Worte sein Ränzchen geöffnet und ein Kästchen von rotem Saphirhahn herausgenommen. »Was meinest, könnt ihr alles haben«, erwiderte er lächelnd, »doch dies gehört meiner lieben Frau Pate. Ich habe es selbst gefertigt und muss es ihr bringen. »Es ist ein schmucknädige Frau«, fuhr fort, indem er das Kästchen öffnete und ihr hinbot, »ein Schmuckern, welchem ich mich selbst versucht habe.« Sie nahm das Kästchen. Aber, nachdem sie kaum einen Blick darauf geworfen, fuhr sie betroffen zurück, »wie, diese Steine«, rief sie, »und für eure Pate sind sie bestimmt, saget ihr?« »Jawohl«, antwortete Felix, »meine Frau Pate hat mir die Steine geschickt. Ich habe sie gefasst und bin auf dem Wege, sie selbst zurückzubringen.« Gerührt sah ihn die Gräfin an, Tränen drang aus ihren Augen, »so, du bist Felix Perner aus Nürnberg?«, rief sie. »Jawohl, aber woher wüsst ihr so schnell meinen Namen?«, fragte der Jüngling und sah sie bestürzt an. »O, wundervolle Fügung des Himmels«, sprach sie gerührt zu ihrem staunenden Gemahl. »Das ist ja Felix, unser Patchen, der Sohn unserer Kammerfrau Sabine! Felix, ich bin es ja, zu der du kommen wolltest! So hast du deine Pate gerettet, ohne es zu wissen!« »Wie? Seid ihr die Gräfin Sandau, die so viel an mir und meiner Mutter getan? Und dies ist das Schloss Mainburg, wohin ich wandern wollte? Wie danke ich dem gütigen Geschick, das mich so wunderbar mit euch zusammentreffen ließ! So habe ich euch doch durch die Tat, welche auch in geringem Maße, meine große Dankbarkeit bezeigen können.« »Du hast mehr an mir getan«, erwiderte sie, »als ich je an dir hätte tun können, doch solange ich lebe, will ich dir zu zeigen suchen, wie unendlich viel wir dir alle schuldig sind. Mein Gatte soll dein Vater, meine Kinder deine Geschwister und ich selbst will deine treue Mutter sein, und dieser Schmuck, der dich zu mir führte in der Stunde der höchsten Not, soll meine beste Zierde werden, denn er wird mich immer an dich und deinen Edelmut erinnern.« So sprach die Gräfin und hielt Wort. Sie unterstützte den glücklichen Felix auf seinen Wanderungen reichlich. Als er zurückkam als ein geschickter Arbeiter in seiner Kunst, kaufte sie ihm in Nürnberg ein Haus, richtete es vollständig ein, und ein nicht geringer Schmuck in seinem besten Zimmer waren schön gemalte Bilder, welche die Szenen in der Waldschenke und Felixes Leben unter den Räubern vorstellten. Dort lebte Felix als ein geschickter Goldarbeiter. Der Ruhm seiner Kunst verband sich mit der wunderbaren Sage von seinem Heldenmut und verschaffte ihm Kunden im ganzen Reiche. Viele Fremde, wenn sie durch die schöne Stadt Nürnberg kamen, ließen sich in die Werkstatt des berühmten Meisters Felix führen, um ihn zu sehen, zu bewundern, wohl auch ein schönes Geschmeide bei ihm zu bestellen. Die angenehmsten Besuche waren ihm aber der Jäger, der Zirkelschmied, der Student und der Fuhrmann. So oft der Letztere von Würzburg nach Fürth fuhr, sprach er bei Felix ein. Der Jäger brachte ihm beinahe alle Jahre Geschenke von der Gräfin. Der Zirkelschmied aber ließ sich, nachdem er in allen Ländern umhergewandert war, bei Meister Felix nieder. Eines Tages besuchte sie auch der Student. Er war indessen ein bedeutender Mann im Staat geworden, schämte sich aber nicht, bei Meister Felix und dem Zirkelschmied ein Abendessen zu verzehren. Sie erinnerten sich an alle Szenen der Waldschenke. Und der ehemalige Student erzählte, er habe den Räuberhauptmann in Italien wiedergesehen. Er habe sich gänzlich gebessert und diene als braver Soldat dem König von Neapel. Felix freute sich, als er dies hörte. Ohne diesen Mann wäre er zwar vielleicht nicht in jene gefährliche Lage gekommen, aber ohne ihn hätte er sich auch nicht aus Räuberhand befreien können. Und so geschah es, dass der wackere Meister Goldschmied nur friedliche und freundliche Erinnerungen hatte, wenn er zurückdachte an das Wirtshaus im Spessart. Das war die Geschichte vom Wirtshaus im Spessart. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hochklickst und du vielleicht das Hörbuch mit jemandem teilst. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut.